Heute am 3.6. besteigen wir den Hohengöll über den Mannelgrat und steigen dann ab über den Schustersteig zum Purcellerhaus. Eine Route, die schon viele Opfer gefordert hat, aber wir werden es trotzdem schaffen. So, jetzt ist der ganze Haufen angekleidet für richtige Bergsteiger. Ja. Na super. Mandeldraht, Klettersteig, nur für Geübte. Super. Ab dort gefahren. So. 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 Scheinlich. Musik 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 Na Thomas, macht noch Spaß? Hehehe Oh yeah, da hinten ist das schönige Vita Brauch Heils Feuer Ja hübs hallo hallo das altehrwürdige pocella haus endlich so fertig wir haben ihn da raus geholt ich hab fast geheult ich halte sich am felsen fest und kann sich nicht mehr bewegen jetzt so am Abstieg hier runter nicht mehr aufgetauben oh hängt da ein bisschen ja Ja, das war unsere schöne Tour, vom Kehlsteinhaus über den Mandelgrat und den Schustersteig zum Purcellerhaus und wieder zurück runter zum Busplatz, wo unser Auto stand. Wir haben die Tour mit knapper Not überlebt und sind jetzt froh, wieder hier im Auto zu setzen. Mit knapper Not überlebt, ja, das hilft es. Wir haben es gerade noch geschafft. Reicht doch. Mit knapper Not überlebt.